So, willkommen zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go. Habe ich das jetzt nicht immer anders gesagt? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ist eigentlich auch egal. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet, denn Niantic haut schon wieder raus. Es gibt's nicht, man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ein Event jagt das nächste. Die Fashion Week steht eigentlich an. Jetzt wurde schon wieder ein Herbst-Event angekündigt. Herbstliche Pokémon, Bären, Boni und Sesokids zum Wechsel der Jahreszeiten. Ihr seht hier ein richtig schönes Bild mit Zermurzel, einem Körbchen und lauter Bären in einem schön laubbedeckten Wald. Jetzt stehen hier die Infos dazu, könnte man hier vorlesen. Steht ja eigentlich alles da, was wichtig ist. Freitag, der 9. Oktober, 8 Uhr bis Montag, den 12. Oktober, 13 Uhr, Ortszeit. Da kann man sich nachrichten, ne? Das ist sonst immer ein bisschen kompliziert mit den Zeitzonen. Aber Ortszeit heißt Ortszeit. Wisst ihr also Bescheid? Freitag, 8 Uhr, Ortszeit. Am 9. Oktober geht es los. Wir haben natürlich auch wieder von GoGames einen Artikel dazu, Herbst-Event und neues Shiny. Da steht nochmal ein bisschen was dabei. Und wir haben das Ganze auch nochmal hier von den, äh, von pokefans.net. Ich finde, hier ist es irgendwie immer am übersichtlichsten. Aber GoGames packt halt dann immer nochmal ein Bild dazu. Irgendwie ist es hier auf einmal auch übersichtlich. Ich weiß nicht, die ganze letzte Zeit hat, äh, Darunter, warum ist dann S dran? Wulpix? Mirabla? SS? Achso, das soll wahrscheinlich die Shinies kennzeichnen. Wir müssen uns jetzt auf eins festlegen. Wir gehen mal kurz hier rein. Gucken mal, was ist denn das Besondere am Herbst-Event? Das Herbst-Event läuft vom 9. Oktober, 8 Uhr, bis 12. Oktober, 13 Uhr, haben wir eben gesagt. Beim Verfüttern an Kumpel-Pokemon sind Bären doppelt so effektiv. Ja gut, ist jetzt eigentlich, äh, Komplett uninteressant für mich. Wenn ihr eine goldene Bäre nehmt, das ist komplett leer, braucht ihr zwei goldene Bären, normalerweise, um es voll zu füttern, oder drei andere Bären. So braucht ihr dann, statt drei normale, also zwei normale, immer noch, und statt zwei goldenen, also eine goldene. Aber wer füttert schon goldene Bären auf seinen Pokémon? Die meisten füttern ja normale Bären. Und wenn die doppelt so effektiv sind, müsste das ja trotzdem immer noch zwei Bären brauchen, statt drei Bären, also ihr spart euch eine Bäre, das ist eigentlich also komplett egal. Fängt man Pokémon mit Sanana-Bären, verdoppelt sich die Bonbon-Anzahl nochmals. Sprich, ihr kriegt normalerweise drei Bonbons, mit Sanana-Bäre sechs Bonbons, müsstet also dann zwölf Bonbons für ein normales Pokémon bekommen. Damals gab es die Zeit mit Despoda im Raid. Wenn man ein Despoda-Raid gemacht hat, und es war ein Event mit doppelten Bonbons, hat man natürlich gerne mal eine gelbe Bäre benutzt. Beim Despoda gibt es ja zehn Bonbons mit Sanana-Bäre, also 20 Bonbons. Und durch die doppelten Bonbons gab es dann 40 Despoda-Bonbons, also 40 Lavitar. Was rede ich denn? 40 Lavitar-Bonbons aus dem Raid. Das war auf jeden Fall heftig. Despoda gibt es jetzt leider nicht mehr, in Vierer-Raids, weil es keine Vierer-Raids mehr gibt. Wo könnte man das sonst gebrauchen? Natürlich, wenn man bei neuen Pokémon, bei Pokémon, die selten sind, wo man noch was braucht. Hier unten steht ja auch dabei, dass dieses Sesokids neu kommt. Das will man ja auch entwickeln, wenn man da wieder ein männliches entwickelt, ein weibliches entwickelt, ein Lucky entwickelt, ein Hü und Hott, keine Ahnung. Hannes, musst du wieder Sesokids sammeln, ich sage dir. Oder ich werde einfach per Glückstausch mir mal eins setzen. Alles, was neu kommt, kann ich direkt Glückstauschen. Passt wunderbar. Jetzt ist man ja auf dem aktuellen Stand. So. Ist also ganz cool. Müsst ihr nur gucken, wo wendet ihr das an mit den Vierfachen Bonbons, sozusagen. Es gibt mehr Bären beim Drehen von Pokestops und Arenen als üblich. Gut, die meisten habe ich eh immer weggeschmissen, weil die den Beutel voll gemüllt haben. Jetzt müllen sie den Beutel noch mehr voll. Die Pokémon. Mirapla. Shiny. Wulpix. Shiny. Aber neu. Loreblood. Äh. Huthut. Mogelbaum. Shiny. Yanmar. Shiny. Tanzer. Shiny. Zickzacks. Shiny. Smurzel. Shiny. Knilz. Burmi. Pflanzenumhang. Shiny. Und Tarnpignon erscheinen häufiger. Was ist davon jetzt interessant? Was braucht man davon? Also. Wulpix wird interessant sein. Da das als neues Shiny eingeführt wird. Loreblood. Ja. Als so Entwicklung kann man das gut mal mitnehmen. Mogelbaum ist eigentlich übelstes Kult-Poggon. Also. Wer da auch noch kein Shiny hat, dem das mit. Wer noch Yanmar braucht. Ansonsten. Knilz. Knilz ist eigentlich. Weiterentwicklung. Kapilz. Als Pflanzenangreifer. Oder auch als Kampfangreifer. Sehr nützlich. Aber der Rest. Törnt mich jetzt nicht so an. Shiny. Wulpix. Nicht Alola. Wulpix. Wird gemeinsam mit Wulnona erstmals als Shiny veröffentlicht. Das ist sehr schön. Da habt ihr hier auch das Bild dazu. Wie die dann also aussehen. Das Wulpix an sich ist etwas gelblich. Aber das Wulnona ist statt weiß irgendwie so silber. Das finde ich richtig genial. Also das sieht sehr fetzig aus. Das nimmt man gerne mal mit. Herbstliche Pokémon schlüpfen aus 5 Kilometer Eiern. Das interessiert mich auch wieder komplett nicht. Aber erstmals erscheinen das Pokémon Sezokids in Pokémon Go. Auch seine Entwicklung. Kroniowild. Wir haben ja auch jeweils immer einen Artikel dazu. Da könnt ihr hier auch nämlich gucken. Sezokids. Sieht also so aus. Richtig heftig. Und Kroniowild. Das ist ja noch heftiger. Hui. Ähm. Diese Pokémon sehen je nach Jahreszeit anders aus. Nun wird man also die Herbstform von Sezokids und die Herbstform von Kroniowild erhalten können. Ab Montag, den 12. Oktober, 13 Uhr, bis Montag, den 19. Oktober, schlüpfen andere Pokémon als üblich aus Eiern. Verstehe ich, Nicke, ne? In dem Moment, wo das Herbst-Event um ist, am 12. Oktober, ändern sich Eier nochmal. Es gibt währenddessen herbstliche Pokémon aus 5 Kilometer-Eiern und dann irgendwie nochmal. Oder sind die Eier dann erst ab da aktiv. Also, nettes Event. Ok. Ist aber überschaulich. Ein neues Pokémon. Pokédex-Eintrag. Lucky Dex-Eintrag. Geholt. Und Shiny-Jagd auf Wulpix gemacht. Ist also ganz übersichtlich. Ist ganz nett. Hier habt ihr auch nochmal ein Bild von Sezokids. Guck, jetzt habt ihr sogar zwei. Hm, mein Pikachu. Ist das Sezokids, Bruder? Ah, wo ist es denn? Ich hab's doch hier beim Ramm. Wieso ist es denn? Hä? War das nicht eben noch hinter dem Pikachu? Ach so, ja. Wenn ich hier drüben bin, sehe ich das, aber ihr nicht. Guck, jetzt ist es nämlich hinter mir. Wir kommen zurück zum Ernst des Lebens. Ich möchte euch nochmal zeigen, kurz auch hier in der Übersicht, wie heftig das alles zugemüllt ist. Denn hier am 28. Ja, das hätte ich jetzt nicht antippen dürfen. Am 28. gab es ja... Och, Junge! Ich trieb einfach nicht mehr drauf. Am 28. ist die Hyperliga gestartet. Ab 29. gab es dann Hundemon Eneko mit zweifach Staub. Heute ist also der Erste. Der Donnerstagmorgen beginnt die Fashion Week. Ab Samstag früh könnt ihr Lavados raiden. Nächsten Freitag dann das Herbst-Event. Nächsten Samstag früh Giratina. Am 12. startet die Meisterliga. Am 17. ist der Glumanda Sea Day. Und am 25. Das ist das Wichtigste kommt WWE Hell in a Cell. Also für alle Wrestling-Fans haltet euch das bereit. habe ich sogar noch notiert GBL komplett ab dem 3. November und die Season Nummer 5 startet dann ab 9. November. Das wird also heftig gesät. Da ist einiges los und die letzten zwei Wochen im Oktober sind theoretisch noch frei. Bis jetzt steht nur Wrestling drin und wir erwarten da natürlich neben dem Herbst-Event Anfang Oktober erwarten wir noch ein Halloween-Event. Also das war's eigentlich. Schreibt mal rein. Wie findet ihr das? Freut ihr euch auf Cezo Kit Kron Juwild wie auch immer? Freut ihr euch auf Ulpix? Wie findet ihr das Shiny? Welche Pokémon jagt ihr? Welche Pokémon findet ihr am coolsten von den Spawns die es dann gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. 味噌 Bone sellers